herzlich willkommen zurück zum elften teil von legendären tieren der hirschbock der hirschbock ist was besonderes wie ich finde vor allem für jäger die gerne jagen gehen die leute denn wenn man den erjagt hat kann man sich beim heller ein talisman holen der dafür sorgt dass man immer die höchstmögliche fell wie sagt man fell qualität bekommen kann man muss dazu zwar immer noch einen kopfschuss machen aber es ist egal mit welcher waffe so das ist eine alte aufnahme deswegen ist das kein live commentary sondern spreche einfach drüber und ja wie in jedem video zeige ich wie ich den hirschbock finde und der ist einfach nordwestlich von strawberry wie auch im video gezeigt und hier noch mal alle spuren und dann höre ich erst mal auf zu reden und ihr könnt dann noch mal sehen was da gibt und das war's von mir danke fürs zuschauen und wir sehen uns dann bei folge 12 tschüssi Don't seem close okay where are you oh Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020